Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich präsentiere euch heute den Klassiker, und zwar das Rocket Rally von Nico Feuerwerk. 25 Raketen für 19,99, ein unschlagbarer Preis, meiner Meinung nach das beste Raketensortiment, was es in Discountern gibt. Wir haben hier Burst Raketen, sind hier vorhanden, Turbo in gelb und in blau, die Double Ring, die Lemon Ring, die Purple Ring, also wirklich sehr, sehr viele Ringraketen, das ist auch so das Besondere aus dem Set und lohnt sich meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr heftig, also wirklich sehr schöne Raketen und die werde ich heute für euch testen. Viel Spaß beim Video. Machen wir weiter mit Rocket Rally. Machen wir mal die Turbo in blau. Ja, eher schwach eigentlich. Geht auf jeden Fall besser. Machen wir weiter mit Burst Grün. Burst Grün. Machen wir mal nix. Warte mal, pass mal kurz auf. Pass auf. Zünden wir mal an. Ne, 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 nicht anzünden. Die ist komplett weg, gell? Wir dürfen weg. So, Burst Grün ging jetzt nicht. Machen wir weiter mit den Double Ring. Kugel, Kugelkopf-Rakete. Geht jetzt wieder. Richtig schön. Machen wir nochmal Burst Grün. Die erste ging leider nicht. Probieren wir es nochmal. Ja, eher schwach. Geht auf jeden Fall besser. So, dann machen wir... Schaffst du, dass die beiden gleichzeitig anzuzählen? Also Turbo in gelb machen wir jetzt mal zweimal. Die zweite? Ja. Schaffst du nicht. Okay, einmal. Eher schwach. So, das hat jetzt nicht geklappt. Dann machen wir die nochmal einzeln. Also Turbo in gelb nochmal. Ja, ging so. Dann machen wir mal die einzelne Turbo in blau noch. Ja. Ja, geht so. So, und jetzt... Purple Ring. Ja. Ganz okay. Dann nochmal eine Double Ring. In gelb und blau. Ja, ordentlicher Zerleger. Gefällt mir. Und die letzte ist dann nochmal die Lemon Ring. Ja, das Set ist ganz in Ordnung. Ich denke mal, das kann man sich gut holen. Ist jedes Jahr ein Klassiker. Aber, wir haben ja hier noch vier. Deswegen machen wir hier weiter. Steck die mal hier rein. Das kann man ganz so besehen. So. Schön. Okay. Das ist nochmal Lemon Ring. Machen wir die nochmal. Die war schön. So müssen die Raketen sein. Nochmal Double Ring. Und wenn du willst, kannst du die mal doppelt machen. Purple Ring und Double Ring. Nein. Versuch's mal. Schön. Das links Purple Ring. Richtig schöne Raketen. Also, Leute, könnt ihr euch kaufen. Auf jeden Fall. Kaufempfehlung von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.